Ein Ausblick auf das Alpenvorland, wie er sich nur von wenigen Bergen der Bayerischen Alpen erleben lässt. Das 2224 Meter hohe Nebelhorn hoch über Oberstdorf ist nicht zuletzt aufgrund der Seilbahn, die bis auf den Gipfel führt, einer der bekanntesten und beliebtesten Aussichtspunkte im Allgäu. Schon seit den 1930er Jahren ist das Gebiet unterhalb des Gipfels bequem mit seilgezogenen Aufstiegshilfen erreichbar. Den letzten Abschnitt bis zum Gipfel befährt heute eine 1991 gebaute Pendelbahn des Südtiroler Seilbahnherstellers Hölzel. Ohne eine einzige Zwischenstütze befahren die beiden Kabinen mit je 30 Personen Fassungsvermögen die knapp einen Kilometer lange Strecke. Die Anlage ist die dritte und letzte Sektion einer Seilbahnkette, die insgesamt 1386 Höhenmeter überwindet. Noch bis ins Jahr 2020 sind auch auf den beiden unteren Teilabschnitten Pendelbahnen von Hölzel in Betrieb. Heute übernimmt dagegen eine technisch wie historisch spannende und bedeutsame Zweiseilumlaufbahn des Herstellers Leitner den Transport der Fahrgäste in diesem Bereich. Die Pendelbahn unterscheidet sich damit heute nicht nur in technischer Hinsicht von den beiden anderen Sektionen, sondern fällt mit einer Höhendifferenz von 281 Metern auch bedeutend weniger spektakulär aus. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt in der Geschichte der Erschliessung des Nebelhorns. Denn die beiden unteren langen Teilabschnitte befördern in ihrer Ursprungsform bereits im Jahr 1930 die ersten Fahrgäste. Lange Jahre ist die Station Höfertsblick in einem Kessel unterhalb des Nebelhorn-Gipfels die Endstation. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt mit dem aufstrebenden Skitourismus eine zusätzliche Beschäftigungsanlage in diesem Bereich den Betrieb auf. Eine einer Sesselbahn des aus Oberstdorf stammenden Ingenieurs Herbert Weigmann, der in der Folge auch auf dem restlichen Gebiet der noch jungen Bundesrepublik Deutschland einige weitere Sesselbahnen erstellen kann. Der Prototyp am Nebelhorn wird jedoch bereits 1956 vom Kölner Seilbahnpionier Polig vollständig saniert und ist in der Folge vor allem im Winter für Skifahrer eine geschätzte Aufstiegshilfe. Die Sesselbahn Koblat verkürzt damit zwar den verbleibenden Aufstieg bis zum Nebelhorn, den Gipfel erreicht aber erst 1967 eine weitere kurze Sesselbahn. Die Stationen der Anlagen sind bei genauem Hinsehen auch heute noch erkennbar. Wirklich optimal ist die Lösung insbesondere für den Sommertourismus jedoch nicht. Die Gäste möchten das Gipfelpanorama möglichst schnell und bequem erreichen, doch diesem Wunsch können die kleinen Einersesselbahnen nicht nachkommen. Ein Aufstieg zu Fuss über die verbleibenden Höhenmeter vom Höhfahrtsblick bis zum Gipfel findet jedoch ebenfalls immer weniger Akzeptanz, sodass man sich zu Beginn der 90er Jahre zu einem kompletten Neubau in Form einer dritten Sektion Pendelbahn entschliesst. Mit einer Förderleistung von 600 Personen pro Stunde und Richtung passt sich die Anlage den bestehenden Pendelbahnen auf Abschnitt 1 und 2 an. Die Kabinen können aufgrund der viel kürzeren Strecke dabei halb so gross ausfallen. Mit bis zu 8 m pro Sekunde sind die beiden Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Die überwiegenden Bestandteile der Seilbahntechnik sind dabei in der Talstation untergebracht. Das Pendant am Berg kann auf diese Weise mit seiner offenen Stahlkonstruktion besonders kompakt ausfallen. Ein typisches Merkmal der Hölstelseilbahnen in den 90er Jahren. Eine ähnliche Konstruktion findet sich beispielsweise auch bei der drei Jahre jüngeren Pendelbahn am Herzogstand in Walchensee. Auch über drei Jahrzehnte nach ihrer Eröffnung kommt die dritte Sektion der Nebelhornbahn ihrer Aufgabe als Aufstiegshilfe für panoramahungrige Gäste immer noch bestens nach.